Hi Leute, mein Freund Ari, der zeigt euch jetzt mal sein saugeile Wanderstock, was das Ding so drauf hat. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Also ich fand es lustig. Hier ist schon mal so ein Glasbrecher dran. Auch zeigt mir, was hat das Ding noch alles drauf. Versteckt unten drin, ein Feuerstahl. Das ist cool. Das nächste Teilstück. Der Säge und ein Messer. Der möchte nicht erkannt werden. Und natürlich ein Bierflaschenöffner. Sehr wichtig. Nächster Abteil. Was auch immer das ist. Kennplan. Sieht aber bösartig aus. Kling mit Welleschliff. Was ist und ist noch was dran. Und ein Speer zum Schweinejager. Das ist geil. So. Jawohl. Na das nenne ich mal ein Wanderstock. Der ist für die Apokalypse geeignet. Zum Zombies Aufspieße. Und zum Erschlag. Geiles Ding. Wiegt aber gefühlte 10 Kilo. Naja, nicht ganz. Aber ist schon hart. Du hast noch was. Was auch immer. Madonei machen könnt. Ah, du kannst du bestimmt das Zeug nur drauf schrauben, oder? Da geht's auch noch ab. Naja. Den kann man also so in verschiedenen Variationen, sag ich mal, zusammenschrauben. Ja. Ja, oder so. Ja, dann kannst du das abmachen, hast du den Griff gerad. Geil. Cooles Ding. Wollte ich euch mal kurz zeigen. Das war's schon wieder. Ciao. Bravo.